Let's start again Vielleicht finden wir mal was interessantes Boah, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, ey, es ist zum Kotzen Die ganze Zeit nix und dann, ja, stell dir mal vor, du hast so vier Frösche drin Oder so eine richtig schöne, fette, schleimige Kröte Oder ne Froschfamilie Oh, ne Froschfamilie Dias, ohne Scheiß, Dias, vor mir Also ich hab schon zwei, äh, zwei Mumus, hab ich da reingetan Zwei Mumus Aua Du solltest aber Kühe einsperren und keine Mumus Ja, ey Kumu Ah, ach so Boah, hier ist ein Kripper Nein, alter, zwei Stück Da noch keiner Nein, oh mein Gott, alter Alles im Ofen Wieso, wieso haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Holzspitzhacken, drei Holzschaufeln Wieso hast du sowas gecraftet? Hab ich nicht Nö, ist nur in der Kiste drinnen Das ist einfach da Mhm, auf jeden Fall Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück hier zur dritten Folge von unserem, ja mittlerweile schon nicht mehr ganz so neuen Minecraft Projekt mit dabei, mal wieder der Marvin, hallo Ja Leute, wir sind immer noch so ein bisschen auf Ressourcensuche und ja, ein paar Dias würden vielleicht ganz gut tun Und ja, deswegen, wir schauen einfach mal jetzt weiter, was wir so finden Wer nicht weiß, worum es in dem Projekt geht, am besten ihr schaut euch einfach die erste Und wenn ihr die zweite Folge auch verpasst habt, dann gleich noch die zweite Folge mit an Ähm, ich denke mal, dann wisst ihr auch über das grobe Bescheid und ja Dann passt es So Wir sind auf jeden Fall auf aktiver Diasuche, aber es sieht nicht gut aus hier hinten Weil hier ist Schluss, scheiße Und ich weiß auch gar nicht, wir sind bestimmt auch noch zu weit oben Könnte ich mir so vorstellen Äh, ja, wir gehen einfach mal zurück Achso, ich hatte ja zugemacht Das Eiseneinsame, was du vergessen hast Achso, ja, das passiert Auf jeden Fall werden wir jetzt noch ein bisschen Eisen farmen, also das, äh, ja Gehört natürlich dazu bei Minecraft Das farmen, auch wenn es ein sehr Äh, langwieriger Prozess ist Scheiße Oh nein, ein Skeleth Oh, oh, ein Creeper, Achtung Marvin Ja, perfekt So kann man es machen Gib mir, gib mir kurz Deckung Scheiße hast du ne Holz, wenn du Ja, klar Gib mir mal bitte Bis schon Doch dass du fragst, ob ich überall ist, habe ich gesagt, dass ich das hergeben soll Danke Ja, äh, ja, wir gehen einfach mal weiter Vielleicht finden wir mal was Interessantes Boah, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, ey, es ist zum Kotzen Die ganze Zeit nix und dann, ja, stell dir mal vor, du hast so vier Frösche drin Oder so eine richtig schöne, fette, schleimige Kröte Oder ne Froschfamilie Oh, ne Froschfamilie Alles klar Lappes Lappes ist gut, weil da könnte in der Nähe dir sein Und zum Entschanden Ja Aber ich weiß gar nicht, ob man das in der Version hier überhaupt braucht Das weiß ich gar nicht Aber nimm es erst mal mit Wieso lässt du das liegen, Mori? Obst, aber wir haben es Eben Okay, hier ist wieder Lava, oder? Ah, hier ist denn unsere Fackel Boah, ich bin der Jump'n'Run-Gott Auch wenn es mir nix gebracht hat Oi Oi Hi Ja, hallo Ja Oh Au Hey, waren wir hier hinten auch schon? Hier waren wir noch, ne? Scheiße, hier geht's wieder hoch Mensch, ja komm her und verbrennen Ja, richtig so Perfekt Du machst es super Perfekt Guter Zombie Na, rennst du auch noch rein? Komm schon Ja, sehr gut Perfekt Echt, hol die Viecher Wo bist du denn, du? Hier oben Über dir, du siehst ja auch meinen Namen manchmal Ja, ja, aber ich wusste ja heute nicht, wie du da hinbekommen bist Du wusstest halt meinen Namen, ne, na? Ich wusste ja, wie du heißt Ich bin Harald Oh, rennt ja einfach an mich rein Harald, Harald Kiri Ja, schlag mich, schlag nochmal richtig rein Oh, hier geht's runter Ja, warte, ich komm Nein, nein, Marvin, nein Hier geht's schön weit runter, das ist gut Kein Aim, der Junge Aber ich auch, ne? Oh, Achtung, Marvin Das ist, äh, scheiße Das ist gefährlich hier, pass auf Was? Ne, da will ich eigentlich nicht runter Marvin, nein, es lohnt sich nicht Ich bleib mal lieber hier, weil wenn wir Bäder da unten sind, kenne ich unser Glück Da kommt ein Creeper und der springt uns dann in die Lava Ich bin dein Bodyguard, Junge Ich würde dezent kichern, wenn du da unten verbrennst Ah, schade Ich bin ein bisschen drauf gefreut, auf das Highlight Oh, Lapis Lapis Pass auf, ihr könnt überall Lava sein Also, Sneak lieber Tu mal ein bisschen hier im Umkreis noch buddeln Vielleicht Was sind da irgendwo die aus? Scheiße, Spitzsacke kaputt, Alter Und da würde ich sagen, machen wir die Folge jetzt noch, äh Ein bisschen Farben und dann gehen wir wieder hoch Und dann bauen wir uns direkt irgendwo einen Schacht richtig schön weit runter, weil Sonst ist die Scheiße Was war das? Oh, Gold Gold nehm ich Ganz schön viel Gold Ja, das geht Oh, ja, oh Ja, ich glaube Das war's dann hier auch Ja, mehr gibt's hier, ich glaube Ja, komm, da bau wir wieder hoch Ist scheiße, ist was im Weg Was machst du denn? Wo ist Marvin wohl hin? Man sieht doch überhaupt nicht deinen Namen besser Ich seh jetzt schon die Kommentare Ey, ihr verspenden, ihr lasst das ganze Kohle da liegen, oder? Bestimmt, hier runter? Äh, ja Oder waren wir da? Weil da erstmal klar war So wie es aussieht Naja, aber da waren wir nicht ganz unten, würde ich sagen Nee Hier ist Gold Pass auf, ja Immer sneaken bei sowas Weil wenn du da vor dir was wegbuddelst Dann fliegt Ey Dann fliegst du nicht direkt rein Du läuftst immer vor meine Fresse Ja, was hast du deine Fresse auch hier? Schon wieder Ey, ey, sag mal hör doch mal auf, Mensch Wenn du mich hier in die Lava reinschubst So ein Kunde, ey Vor allem er schlägt dann immer noch weiter drauf Weißt du, anstatt dass er einfach mal aufhört Nö, immer drauf auf die Luzi Oh, ich hab ne Fledermaus erschlagen Das wollte ich gar nicht Der Marvin lebt hier wirklich auch mit dem, mit dem Mit der Lava Ich hab das Gefühl, der will sterben Hier gibt's schön ein Level Ey, du Das ist ein Kunde Die Fledermäuse sind genau wie wir Die rennen oben auf, neu Warte, sag mal bitte leise Hier ist noch wie irgendwo Lava Ah ja, ich will's Kenne Aber denk dran, die können doch über dir sein Also aufpassen Und Sneak Nee, dass du irgendwo Ich hab sie Nee, dass du irgendwo Lava abbaust Und dann voll reinrennt Hallo ist jetzt ein Wort Ja, Mann, der Punkt Wäre gut für die Moral Dritte Folge Full Dia Naja, nee, Full Dia muss ja nicht gleich sein, aber Hier ist noch mehr Lava Oh, hier ist viel Lava, aufpassen Wo? Ja, hier hinten Das Problem ist, wir bräuchten mal einen Ofen Ja, das stimmt Ja, wir müssen allgemein Wir müssen da mal wieder hochgehen Oh Gott Nee, ich Was? Alter, da kam Lava rein Ich hab mir die War stand Kenit, hör doch auf Ja, was denn, wieso denn? Das war fast meine Idee kaputt gemacht Ach, du willst mit Lava Eimer machen? Ja, das ist egal, hier ist noch genug Lava da Mit Lava Eimer hält das ja dann länger, ne? Ja Stimmt, du bist schlau Manchmal Selten Warte mal Kein einzigen Bier Wo denn, was denn, wie denn? Hier oder was? Ne, bis jetzt noch nicht Alles klar Sonst hätte ich schon gerufen Diamant Gros, Alter Dias, ohne Scheiß, Dias Vor mir Hier Lüg mir nicht an Guck's dir an Hier hinten, Dias Ich schwöre Oh, Dias, Dias, Dias Hey, der ist Dias Oh, 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 Dias Oh, 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 ja richtiger monik ja erst mal drumherum ausgraben dass wir das hier dann aber dann drumherum ist und dann die laber und nicht so bei fossilen jäger oder weit ja da abbauen der krim und ferie ist mehr und dann fliegt dann die laber und ist weg die scheine so macht ja doch macht ja nicht doch das getraut er sich natürlich noch mehr die erst runter wie noch mehr ja drunter ist noch einer mindestens als klar also leute jetzt wisst ihr wie morgen beim orgasmus wahrscheinlich klingt immer weg da ich muss ihn sehen das eisen immer mitnehmen und die lab ist scheiße ich komme ich bin fast da rein fast fast hey was so morgen hier sind noch mehr die hier sind noch mehr hier sind noch mehr hier sind auch mal wie ihn haut am ab jetzt ja ich bin runtergefallen wegen gegen dem wasser ich will raus ich will aus jetzt wäre es gehe mal bitte hier rüber dass ich falls es soweit kommen sollte schnell abholen kann okay da kommt klar aber ich will dass wir die safe haben die sind so richtig behindert platziert nochmal die pisse weg was war die lab pisse habe ich jetzt noch mehr von den dia scheiß ich denke mal an aber immerhin werben schon mal drei dias also ist ein ist ein anfang so ich kann mal wieder das ist das ist das ist das ist crazy ist auch wenn es noch drei stück sind aber die erst hier aber irgendwo muss ja noch eine höhe sein reisen ja übertreib halt noch mehr halt also ein muller hast du irgendwo in einem drinnen und ich mache immer mein eisen wie viele öfentür einfach mal gemacht dass alle noch dann haben wir genug machst du das mit den eimern da gucke ich mal hier bei der restlichen laba ob das ist halt aber auch sehr risky bei der laba deswegen es soll es sollen wir vielleicht lieber eine kiste hinstellen und ich tue die und ich tue die dias da rein ist vielleicht besser als wenn ich damit die ganze zeit für eine schöne kiste was so wenig eisen hast du hey ich habe ich habe eh ein ganzes deck hier ist doch noch was drin ich mach mal die kiste weil ich habe keinen bock dann mit den dias hier abzukratzen da kannst du dann auch das ganze eisen was fertig ist rein schmeißen und ich brauchte die neue spitz rocke könnte ich mir auch mal eine aus eisen draus machen nein wir haben zu wenig eisen hier und zu wenig eisen die labrische tust du auch mal rein oh komisch ist komisch ist gefährlich ist gefährliches geräusch ja leute da sind die ganze laba weg ne 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 ist noch da kann ich den Müll reinwerfen jetzt ist meine spitz-argo endlich kaputt äh beider 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 ich brauche eisen das will ich beweisen vorerst und haben wir auch ein stack scheiße ich brauchst sticks hab ich ne hab ich schon alles gut naja dann haben wir doch die folge wieder ordentlich was geschafft würde ich sagen aber es sind zwar nur drei dias leute ja ich weiß aber es ist ein anfang und ja das ist denke ich mal schon ganz crazy wie gesagt tut das alles in die in die kiste ah lava ma ja und ja da würde ich sagen in der nächsten folge bauen wir uns dann wieder nach oben und ja bauen uns dann mal unseren eigenen minenschacht und ja also unser nächstes ziel ist jetzt erstmal größtenteils äh also full dia zu werden und auf jeden fall auch richtig schön schon mal wach verzaubern und so also sozusagen ein verzauberungstisch und ein anderes werden wir uns noch bauen das ist jetzt erstmal so der plan für die nächste zeit ich denke mal ein paar goldäpfel werden wir uns auch noch machen müssen aber ja es hat ja noch ein bisschen zeit wir sind jetzt erst in der dritten folge und ja in diesem sinne würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne eine bewertung da und schreibt uns natürlich auch tipps und tricks oder ja allgemein irgendwelche anregungen von euch in die kommentare wir würden uns da natürlich sehr drüber freuen und ja in diesem sinne war es das von mir vergesst nicht den kass den kanal kostenlos zu abonnieren falls ihr das noch nicht getan habt um nichts mehr zu verpassen denn morbin sagt noch tschüss von mir war es das bis zum nächsten mal der tschau durch über ein träumchen noch und reingehaut das sagt man nicht das die 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 Vielen Dank.